Zusammen und keiner ist allein und an die Hände zum Himmel, komm lass uns. Und unser nächster Mann ist dort in der Fassenachtfest verankert. Er hat bei den Mainzer Hofsängern gesungen und er war eine Zeit lang sogar ihr Kapitän. Und als die Cup mit dem Rote Nation steht er seit Jahren bei dem Mainzer Karnevalclub MCC auf der Bühne. Hier ist ein Mainzer Fassenachtsurgestein. Hier ist Jürgen Finkenauer und die Stammtischbrüder. Wir feiern Fassenacht. Start Nummer 10. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Wir lieben unser Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. In Thronenesia seht ihr so schnitt aus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. In Thronenesia seht ihr so schnitt aus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Die Wunscher raus. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. In Thronenesia seht ihr so schnitt aus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. In Thronenesia seht ihr so schnitt aus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Wir feiern Fassenacht. Es ist so schnittare Kampf. Hallo liebe Freunde, wir machen heute schlapp. In Thronenesia seht ihr so schnitt aus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Heute Abend fassen wir die Wunscher raus. Hallo! Ein Fassenachtsohrwurm aus Menz am Rhein. Jürgen Finkenauer. Wie gefällt es dir denn hier bei uns unten? Also das ist eine super, super Stimmung hier. Und es macht Spaß mit so vielen Gruppen aus so vielen Gegenden gemeinsam heute Fassenacht machen zu können. Und gemeinsam musizieren zu können. Und das Schöne ist, dass es sowas ja sonst gar nirgends gibt. Weder in den Narrenhochburgen in Kölle-Alarv noch hier bei euch in Mainz, sondern bei uns unten. Und deswegen sage ich am besten Südwesten. Ja natürlich. Deshalb sind wir heute hier.